Doch bei den beiden scheint die Rückkehr des TV-Großmeisters nicht unbedingt für Begeisterung zu sorgen. Anstrengend, total anstrengend, zeigt sich die fünffache Mutter im gemeinsamen Podcast, die Pochers. Frisch recycelt genervt von den zahlreichen Reaktionen auf die Instagram-Ankündigung Raabs und erklärt, keiner hinterfragt, jeder repostet es. Ich hab mich geweigert. Und auch ihr Ex-Gatte fand das Video, welches viral ging, weder besonders lustig noch geil noch innovativ. Ihrer 14-jährigen Tochter Naila musste Sandy sogar erklären, wer Stefan Raab überhaupt sei, denn als der Entertainer sich aus dem Rampenlicht zurückzog, war sie gerade einmal fünf Jahre alt. Was Oli nicht verstehen kann, den Zeitpunkt des Comebacks. Warum das? Er hätte ja auch vor zwei Jahren TV total machen können, fragt er sich. Doch die 41-Jährige hat sich auch ihre Gedanken darüber gemacht und kommt zu einem Entschluss. Nach neun Jahren wurde dem Halt wahrscheinlich langweilig, meint Sandy abschließend. Schon kürzlich hatte der Schwarz- und Weiß-Interpret über Raab gespottet. Jetzt, wo Stefan Raab Influencer ist, sollte ich mal eine Bildschirmkontrolle über ihn machen. Gibt einiges Interessantes zu erzählen, schrieb der gebürtige Hannoveraner zu einem gemeinsamen Foto aus dem Jahr 2005. Und das, obwohl Oli und Stefan sich schon seit vielen Jahren kennen. Beide starteten ihre Karrieren in den 1990er Jahren beim Musiksender Viva. 2003 folgte der gebürtige Hannoveraner Raab in Richtung ProSieben, wo dieser schon seit 1999 unter Vertrag stand. oggi vorgibt er einen steinigen Förderrse im��arten dessert. So wie ist er von Brescher und Brescher in derrustningen K profesoren? Mutter sagt er, dass sie das heute起 Rim firewallen kam. Untertitelung des ZDF, 2020